Hey liebe Leute, nur mal so ganz kurz zwischendrin. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ganz besondere Tage. Schöne Festtage, Feiertage. Und vorab schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr in 2016. Rutscht nicht zu weit, landet nicht in 2017. Und während die sich hier versuchen irgendwie Geld zu holen über Modder. Ja, erzählt ihr euch das jetzt mal. Ich wünsche euch wirklich ganz schöne Feiertage. Wenn ihr euch fragt, was das hier ist, das ist immer noch GTA. Hier hat es angefangen zu schneien. Weihnachtsbäume stehen hier, es gibt lustige Verkleidung. Schön ist es. Überall weihnachtliche Stimmung. Ich hoffe auch bei euch. Also lasst euch reich beschenken. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Tagen, würde ich sagen, bei einem kleinen Livestream. Eventuell am 28.12. gegen 20 Uhr. Und ich hoffe, ihr seid dabei und dann nochmal so ein kleiner Jahresabschluss, Jahresrückblick mit mir, für euch, mit mir, also von mir und euch, mit euch. Ihr wisst, was ich meine. Also ja, vielen Dank fürs Zusehen, Einschalten. Ihr hattet ja jetzt, naja, gut. Also, Dankeschön und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Es werden bald auch neue Projekte starten. So viel ist sicher. Es wird nicht nur Minecraft geben. Zu einigen Projekten muss ich noch was sagen, aber das gehört jetzt hier nicht hin, denn ich möchte einfach nur euch einen schönen Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch. Und das mache ich hiermit. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Teddygan. Haut rein, liebe Freunde. Ciao.